Aber Sie sind der Meinung, das ist nicht richtig. Aus Ihnen ist was ganz anderes geworden als aus dem Herrn Lucke. Sie haben auch eine Partei gegründet, die ist auch abgeschmiert. Sie sehen keinerlei Parallelen. Also Herr Krömer, wollen wir es richtig machen oder wollen wir einfach den Stoß wiederholen, den andere auch schon behauptet haben? Nee, aber sagen Sie doch mal, Sie haben ja auch eine Partei gegründet, die auch abgeschmiert ist. Ja, aber nochmal, jetzt lenken Sie doch nicht ab. Ich lenke ja nicht ab. Sie antworten halt nicht auf meine Frage. Die haben von Gespräch, die am Ende zu nichts führen. Also für Sie nicht, für mich nicht. Aber für den Zuschauer. Für den führen Sie schon zu was, weil es immer das Gleiche ist. Und im Übrigen ist die halbe Stunde auch vorbei, nach meiner Uhr jedenfalls. Das ist ja leider eben Ihr Leben. Erzählen Sie mir vorher, was Sie rausschneiden. Haben Sie da Angst vor, dass Sie irgendwie doof rüberkommen könnten? Auch wissen Sie, das habe ich so oft erlebt, der Zuschauer entscheidet. Meinen Sie, dass wir denn hier vom Staatsfunk jetzt alles umschneiden, so dass die Scheiße dastehen? Oder glauben Sie nicht einfach, dass Ihre Aussage hier ja schon reicht? Ja, für Sie ist ja alles traurig. Ja. Ja. Das ist nicht schlimm. Manche Leute sind halt traurig, manche Leute sind etwas gelassener. Aber bei Ihnen ist es wirklich traurig, ne? Finden Sie? Ich finde es todtraurig. So, okay, dann sind wir, wie spät haben wir es? Vielleicht sollten wir noch die Frage klären, Sie sind jetzt 45, was kommt denn jetzt noch? Was haben Sie denn jetzt vor? Na, Sie sind 46, was kommt denn bei Ihnen noch? Naja, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir. Also, sagen Sie meine Lebenserwartung voraus. Bei Ihnen ist ja der Ofen erstmal aus. Also, was kommt denn jetzt? Wissen Sie, und das ist kein Thema für die Öffentlichkeit, das ist doch schön, oder? Da überlegen Sie sich jetzt die nächsten 20 Jahre, bis Sie denn auf Rente gehen, oder? Nochmal, das ist ja... Dschöne, das Schöne ist ja... Dschöne, das Schöne ist ja... Das ist wunderbar, damit habe ich gar kein Problem. Ich freue mich darüber auch, herzlichen Dank. Wenigstens zum Schluss. Herzlichen Dank, dass Sie aufhören und im Bundestag raus sind. So, dann folgen Sie mir doch mal bitte noch mal kurz hier für die Schlussansage. Wenn Sie da rumgehen, wir haben so eine Trennscheibe, damit wir uns nicht anstecken. Ja, damit Sie sich sicher fühlen, das mache ich doch glatt. So, Frau Petry, vier Jahre waren Sie in der AfD gewesen. Ich würde sagen, Historiker werden schreiben, das war ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Macht's gut, Nachbarn. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 very tableau. Ich würde sagen, dass Sie da rumgehen, wenn Sie da rumgehen, wenn Sie da rumgehen,